Der Sabiner hier, wie heißt der? Rotschild? Frag mir doch was für ein Wichtiges, das Grundgesetz. Oder die Tora. Damit die Tora, die sind ja schon seit tausend Jahren, sind wir die am Pflegen und wir glauben daran. Ja, also was sollen wir als Muslime sagen? Damit doch jeder Bescheid weiß. Und jetzt kann Spiegel TV oder wer auch immer da ist, wir können das aufnehmen. So, ganz klar, das ist für uns der Koran, das wichtigste Buch. Damit man die Illusionen nimmt, das ist das wichtigste Buch für uns. Und für diesen CDU-Politiker, damit er keine Illusionen bekommt und damit ich ihn etwas aufkläre, das Grundgesetz ist kein Glaubensdogma. Ich bin laut Grundgesetz, ist kein Mensch in diesem Land dazu verpflichtet, an die moralische Überlegenheit des Grundgesetzes zu glauben. Damit man das schon mal... Also, ich bin laut.